Und moin meine Freunde der symbolierten Anbetscher, mein Name ist Chris, ich präsentiere heute für unseren YouTube-Kanal Modbox die Axt. Ja, ganz einfach und schlecht, eine Axt, da haben wir sie schon. Diese Axt wird uns zur Verfügung gestellt von JMZ und der und die Modder schreiben ihre eigene Mod-Beschreibung, dass diese Axt für alle Betroffen zur Verfügung steht, also auch von so vor in der Konsole, sprich PS4, PS5, Xbox Series, auch irgendwie können wir uns in der Mod-Hub runterladen und nutzen. Ja, wenn euch unsere Mod-Vorschriften gefallen wäre, lasst gerne da noch um da, aktiviert die Dokum, keine weiteren Mods verpassen. Schreibt gerne was in die Kommentare, würde ich mich sehr, sehr darüber freuen. Und wenn ihr euch für den Season Pass 2 interessiert, für das Platinum Expansion oder halt für alle anderen Mods und DLCs, schaut mal unter dem Video, da sind alle Links zu den jeweiligen DLCs und so verlinkt. Wenn ihr die nutzt, unterstützt ihr den Entwickler und Meg Manus direkt und das würde uns sehr, sehr freuen. Ja, kommen wir zurück zur Axt. Die Axt ist findbar, ich habe die DLCs und Mods, das ist am einfachsten. Da könnt ihr die für 50 Euro kaufen und es gibt keine weiteren Konfigurationsmöglichkeiten. Dann könnt ihr die quasi so aufrufen wie eine Kettensäge. Und sie funktioniert wie eine Kettensäge. Leider Gottes, ihr geht ran und sie geht auch leider durch eine Kettensäge. Ihr habt nicht diese Schlagbewegungen, aber ihr seht, es funktioniert halt. Ich finde es ganz witzig aus, mal was anderes, aber es ist halt wie gesagt, leider wird es eine Funktion wie bei der Kettensäge. Ihr hört halt lediglich den Sound, ist halt ein bisschen was anderes. Aber sonst funktioniert sie halt wirklich wie eine schlicht einfache und normale Axt. Also könnt ihr dann halt, wie gesagt, dann halt so nutzen, wie ihr es halt braucht. Um euch halt dann vielleicht so ein bisschen RP mäßig, so ein bisschen durch den, ähm, äh, wenn ihr auch vorsteht, mal vielleicht für kleinere Bäume oder wenn ihr wirklich so, so, ich sag mal, ähm, ein Brennungs machen wollt. Seid damit natürlich genau richtig, ja. Und mehr kann ich euch zu dieser Axt auch nicht sagen, ne. Außer, dass, wenn es euch gefallen hat, gerne dann noch um da. Aktiviert die Glocke, um keine Warte mehr zu verpassen. Schreibt gerne in die Kommentare, würde ich mich sehr, sehr über freuen. In diesem Sinne möchte ich mich von hier verabschieden, hoffe wir uns zum nächsten Mal. Euer Christian von der Modbox, ciao!